Hey Leute, Ubuntu 22.04 wurde als LTS-Version am 21. April 2022 von Canonical nach langer Entwicklungszeit veröffentlicht. Insgesamt wird Ubuntu 22.04 5 Jahre LTS-Support bekommen. Wer länger Support als bis 2027 benötigt, kann für drei Instanzen kostenlos via ESM weitere 5 Jahre Security-Updates bekommen. So erhält Ubuntu 22.04 also maximal 10 Jahre Support und ist dadurch höchst planbar, vor allem im Business-Umfeld. Mit dabei sind natürlich auch wieder die neuesten Features aus dem FOSS-Umfeld. So erwartet euch unter anderem Linux-Kernel 5.15 LTS, Nomeshell 42, neue Apps inklusive neues Screenshot-Tool, Mesa 22, neue Multitasking-Gesten und Steuerung, neue Ubuntu-Doc-Einstellungen, frische GTK- und Gnome-Shell-Themen, 10 Farbakzente in Gnome. Der neue Ubuntu-Desktop auf Basis von Gnome-Shell 42 sieht mit dem Yaro-Thema sehr professionell aus, reagiert schnell und ist stabil. So, wie es bei einer LTS-Version auch sein soll. Die Snap-Container-Lösung ist weiterhin bei Ubuntu der Standard. Flatpak ist nicht mit dabei, kann aber im Bedarfsfall nachinstalliert werden und Snap auch vollständig ersetzen, wenn du das möchtest. Es wurden übrigens keine weiteren Apps vom Debian-Paketformat zu Snap transferiert. So ist und bleibt Firefox der letzte prominente Kandidat, der transformiert wurde. Wer den Snap-Firefox überhaupt nicht haben möchte, kann ihn auch löschen und bindet das Mozilla PPA ein. Auf diese Weise kann Firefox wieder als Debian-Paket installiert werden. Alternativ könnte auch der neueste Firefox als Flatpak-Paket installiert werden. Wann upgraden von Ubuntu 21.10 oder Ubuntu 20.04 auf Ubuntu 22.04? Bei der Interims-Version Ubuntu 21.10 wird das Upgrade zeitnah nach Veröffentlichung von Ubuntu 22.04 angeboten. LTS-Anwender müssen sich nach dem Plan von Canonical noch bis zum ersten Point-Release für Ubuntu 22.04 gedulden. Wer ganz ungeduldig ist, kann das Upgrade allerdings auch schon frühzeitiger nach Release durchführen. Wer jedoch die Stabilität von LTS-Version schätzt, solle lieber noch warten, bis der offizielle Upgrade-Pfad von Canonical freigegeben wurde. Fazit Insgesamt wirkt Ubuntu 22.04 sehr performant, gut gepflegt und sieht toll aus. Die Entscheidung für die neueste Version von Gnomeshell 42 war für Canonical ein gewisses Risiko, doch der Mut zahlt sich aus. Man könnte fast meinen, Ubuntu besinnt sich wieder mehr auf dem Linux-Desktop, denn diese Ausgabe macht einen wirklich super Eindruck. Man könnte auch sagen, dass es sich hierbei um die beste Ubuntu-Version handelt, die mir bislang untergekommen ist. Ein Upgrade ist durchaus angeraten. Wer aber noch auf Ubuntu 20.04 bleibt, kann dessen Stabilität weiter auskosten. Immerhin wird Focal Fossa noch bis 2025 LTS und bis 2030 ESM-Support bekommen können. Also hier besteht keinerlei Zeitdruck, frühzeitig das Upgrade durchzuführen. Die Neuerungen und Features in Ubuntu 22.04 sind aber durchaus Grund, sich schon heute auf Ubuntu 22.04 zu freuen. Was sagst du? Gefällt dir Ubuntu 22.04? Wann machst denn du das Upgrade? Schreibe deine Meinung dazu gerne mal in die Kommentare hinein. Falls du übrigens meinen ausführlichen Test zu Ubuntu 22.04 sehen willst, klicke einfach auf die Infokarte, die jetzt oben rechts eingeblendet wird. Darunter sehe ich Jemmy Jellyfish einem gründlichen und längeren Test. Bevor ich gehe, möchte ich mich bei allen Unterstützern ganz herzlich bedanken. Bei dir möchte ich mich für die freundliche Aufmerksamkeit bedanken. Deine Meinung kannst du gerne in den Kommentaren hinterlassen, entweder auf YouTube oder auf meinem Blog. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal. Mit dem Daumen kannst du zeigen, wie es dir gefallen hat und die Glocke informiere dich sofort, wenn es Nachschub hier gibt. Es lohnt sich. Bleibt gesund, passt weiterhin gut auf euch auf und bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Ciao aus Würzburg, euer Michel. Ciao aus Würzburg, euer Michel.